Cannabis Cannabis Kennt jemand Tommy Chong Tommy Chong ist einer der berühmtesten Mariana-Vertreter Nicht in diesem Raum, wenn ihr ihn nicht kennt Er war auf Fox News und hat gesagt, Mariana hat meinen Krebs geheilt McKinney und er haben meinen Krebs geheilt Also dachte jeder, ich weiß eine ganze Menge über Cannabis Damals wusste ich es noch nicht, aber jetzt weiß ich es Leute von überall auf der Welt möchten, dass ich sie mit Cannabis behandle Ich wusste, dass es schmerzlindernd wirkt Nasee Zusammenhang mit Appetitlosigkeit Übelkeit Aber ich habe noch nie gesehen, dass ein Tumor dadurch kleiner wird Ich habe dies an einer Konferenz gesagt Und der Doktor sagt, du weißt nicht, was du tust Ich zeige dir, wie Und er hat es getan Ich habe dieses gelehrt überall in Nordamerika Und es freut mich extrem Die ganzen guten Sachen, die es macht Es gibt eine Militärbasis in der Stadt, wo ich lebe Und manche von den Seglern haben Stress verursacht durch krasse Erlebnisse Ich habe sie überzeugt, ihnen das Cannabis zu geben Ich lebe am Pazifischen Ozean Das ist ein ganz weiter Weg Und das CBD bewirkt nicht, dass die Leute high werden Das THC hingegen schon Der Wirkstoff beruhigt einfach Wir alle haben genau jetzt Cannabis-Substanzen in unserem Körper Ihr seid alle high davon Das ist Teil unserer Natur Die Cannabis-Pflanze hat ähnliche Chemikalien Chemische Stoffe Endokannabinoide, das sind die, die wir selbst mit unserem Körper produzieren können In Kanada gibt es ein Gesetz, was die Sicherheit der Person sicherstellt Wir sind erlaubt, alles zu tun, was unser eigenes Leben beschützt Ohne jemand anders zu wehzutun Zu schaden Also werden wir nicht zulassen, dass die Pharma uns das wegnimmt Es gehört zu uns schon jetzt Es hilft uns glücklicher zu sein Das CBD wirkt auf die menschliche Cannabis-Substanz Das ist die Pflanze Und das ist das Menschliche CBD wirkt auch in dem Bereich Es gibt einfach nur zwei Wir haben mehr Rezeptoren für Cannabis als für Opiate In jedem Teil unseres Körpers An den Immunzellen Im Bauchbereich Im Gehirn Wo immer wir auch hinschauen Etwas richtig Gutes gegen Schmerzen Und die beeinflussen unsere Stimmung Durch die chemische Zusammensetzung im Gehirn The train is in the station Please move to Platform 3 Okay, so People use chili peppers As medicine Leute nutzen chili als Medizin For pain Gegen Schmerzen Sie schmieren es auf die Haut Und Dr. Lüscher hat mir gesagt Dass es gegen einen Übersäuerten Magen ist Und ich danke dir für deine Weisheit Und das CBD ist ein sehr wertvolles Medizin Was einen nicht high macht Es ist relativ teuer Aber ich glaube ich habe eine Idee Wie man es günstiger machen kann Und ihr müsst nicht euer eigenes anbauen Es hilft gegen alle Arten von Schmerzen Schmerzen in den Magen-Darm-Trakt In den Nerven Wenn man sehr empfindlich ist Gegen Berührung Schmerzen, die durch Entzündungen verursacht werden Wie zum Beispiel Wenn man einen entzündeten Hals hat Oder jede Art von Infektion Oder Arthritis Muskelspasmen Es ist wunderbar bei Multiple Sklerose Wo man Muskelspasmen hat Und auch andere spastische Erkrankungen Es ist wahr, dass THC auch gegen Schmerzen hilft Und das ist das Betäubungsmittel Was dich high macht Und darum ist es illegal Bis nächsten Frühling in Kanada Und auch in Washington und Colorado wird es legal werden Ja man Ganz ab Okay Es gibt keinen Zweifel Wenn das legal wird Würden wir gerne beides nutzen Aber es ist so viel einfacher CBD zu nutzen Und es ist extrem gut